Möchtest du einen Affen als Haustier haben? Hier sind die vier beliebtesten Affenarten, die Menschen als Haustiere halten. Auf Platz 4 stehen die Totenkopfäffchen. Bekannt für ihre verspielte Natur und ausdrucksstarken Gesichter sind Totenkopfäffchen bei Affenliebhabern beliebt. Sie sind klein, agil und unglaublich sozial, was sie für das Gruppenleben gut geeignet macht. Auf Platz 3 stehen die Spinnenaffen. Spinnenaffen sind bekannt für ihre langen Gliedmaßen und Greifschwänze, die sie als fünfte Gliedmaße benutzen, um durch die Bäume zu schwingen. Sie sind unglaublich intelligent und soziale Tiere, die viel geistige und körperliche Stimulation benötigen. Auf Platz 2 stehen die Zwergseidenäffchen. Sie sind die kleinsten Affen der Welt und passen in die Handfläche. Ihre winzige Größe und ihre niedlichen Gesichter machen sie unwiderstehlich. Und der beliebteste Affe als Haustier ist der Kapuzineraffe. Bekannt für ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit, trainiert zu werden, werden Kapuzineraffen oft in Filmen und im Fernsehen eingesetzt. Sie bilden starke Bindungen zu ihren Besitzern.